Du bist der Mensch, der du bist, weil du den Kopf hast, den du hast. Ist das schön, dass wir da sind. Leila, wo sind wir hier? Das Paar Nummer 17. Das Paar Nummer 9. Ihr wart schon mal hier? Wie war das? Schwer zu beschreiben. Ihr werdet in den nächsten zwei Wochen das Geschenk erleben, ein anderer Mensch zu sein. Ich bin's, ich bin's, Leila. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so gut gefühle. Es ist doch klar, dass du ganz anders fühlst, anders denkst. Bin ich der Einzige, der das hier schwer einordnen kann? Ich hasse alles an mir. Wer bist du denn überhaupt noch? Was sind wir glücklich? Können wir nicht einfach nach Hause fahren? Nein. Es ist dir scheißegal, wie ich mich fühle. Ich will so, so bleiben. Fühlbar. Stell dir mal vor, wie verbunden so ein Paar sein muss, wenn beide wirklich verstehen, wie's dem anderen geht. Ich weiß nicht. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Bin ich. Ich weiß nicht. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Vielen Dank.